Die Meister-Assassin-Rüstung freigeschaltet. Wenn ihr das Leben und die Freiheit liebt, schließt euch uns an. Kämpft für den Frieden in unruhigen Zeiten. Ihr seid eine Inspiration, Effendim. Meine Stimme soll eurem Chor gehören. Überschätze ich mal nicht mehr, Freund. So, gucken wir mal, wie sieht's aus. Müssen die jetzt noch weiter lernen, in Anführungszeichen. Da oben gibt's noch einen Rekruten. Gut, dann machen wir jetzt hier noch den Söldner-Auftrag. Den machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Das heißt, wir müssen, glaube ich, dann nochmal alle zur Schule gehen. In Anführungszeichen. Ja. Und, äh, dann ist alles cheesy. Na dann. Ich sollte auf dem Weg vielleicht nochmal, ähm, eine Runde chillen gehen. Äh, eine Runde gucken gehen, was die Rekruten machen. Genau. Das sollte ich machen. Tja, jetzt ist es nicht nur, äh, auch mal besser mal ein bisschen schneller zu laufen. Sehr interessant, aber... Und deswegen mache ich hier noch nicht den Söldner-Auftrag, der ja da drin ist. Wir werden nämlich hier gucken, was die erste Mal ist ja jetzt einer gestorben. Warum konnte ich jetzt mehr Rekruten machen, als eigentlich uns... Ist fehlgeschlagen. Okay. Okay. Ist das mein Meister der Galater-Bezirke? Oh, der ist angeschlagen, der Typ. Oh, oh, oh. Okay. Das heißt... Gucken wir nochmal ein bisschen weiter. So, ein Herold-Bezirke, guck mal. So, da haben wir 100%. So. Dann... Der hier. Genau. So. Machen wir noch die gute alte hier dazu. So. So, die Söldner-Mission machen wir jetzt hier noch. Na, Jungs, was geht? Hier die Mission. Diese Bastarde. Diese verdammten Bastarde. Ich reiße ihnen die Arme ab und benutze sie als Knüppel. Ruhig, Amico. Zaun ist der Feind der Vorsicht. Diese byzantinischen Schweine haben meinen Sohn, Ezio. Um mich zu treffen, greifen sie einen kleinen Jungen an. Wir holen euren Sohn zurück, aber nur wenn wir zusammenarbeiten und vorsichtig sind. Evett, natürlich. Wenn ihr vorgeht, folge ich euch. Der unglückliche Sohn. Einige Söldner wurden an Gefangenen genommen und eingesperrt. Finden sie ihren Aufenthaltsort und eliminieren sie die Verantwortlichen. Und bemerkt, die Gefangenen sollten er befreien. Ich habe gerade eine Sprachstörung, deswegen muss ich irgendwie... Ich kann gerade nicht richtig reden. Zumindest lesen, zumindest. Ey, Alter, ich bin noch älter als du und ich bin... Irgendwas ist doch merkwürdig an dem... Hab ich den nicht schon mal gesehen? Ich hoffe, du mich anfasst. So, höre mit dir! Lauf! Lauf! Statt mir nicht im Weg! Lauf! Atme dir! Ist er noch am Leben? Ich weiß es nicht. Er ist so still wie eine Leiche. Vielleicht hat er noch Puls. Ich kann mich nicht ausführen. Nein, ich bin nicht im Weg. Sein Herz ist schwach, aber er lebt. Gift. Es gibt keine andere Erklärung. Vielleicht besteht Hoffnung auf Heilung. Wir bringen ihn zu einem Doktor. Das wollte ich kurz machen. Kein Grund für Zeitfähigkeit. Hier treibt der Teufel sein Unwesen. Es ist nie durch. Schnell, die hoch. Was soll das denn? Ich gehe euch sofort aus dem Weg! Ja, das wäre wohl das Beste. Ja, das wäre wohl das Beste. komm schon was zum teufel sorry mein freund dieser junge wurde vergiftet macht mir platz falle es ist eine falle wie war das die templar ich bin nur ein köder um euch rauszulocken um euch alle zu töten wurden wir verfolgt daran zweifle ich nicht geht in position und seit auf alles gefasst klärchen passt auf diesen jungen auf niemanden in seine nähe haltet die stellung kommt doch alle her der abstand wächst kommt doch her kommt doch her haltet die stellung oh man Kommt doch her. Kommt doch her. Kommt doch her. Haltet die Stellung. Ich sehe ihn. Los, los. Bereit. Ich bin unzündig. Ich bin wirklich unzündig. Bleibt zusammen. Bitte. Sterb. Mein Sohn, wie geht es dir? Es geht mir gut, Vater. Bemuttere mich nicht. Wenn du es als bemuttern empfindest, dein Leben zu retten, besteht vielleicht noch Hoffnung. Ach. Au. Ich muss mich hinlegen. Trink Wasser und bleib liegen. Aufregung verteilt das Gift nur schneller in deinem Körper. Ich stehe in eurer Schuld. Kein Problem, Digga. Nein. Ich bin nicht da. Bleibt mir fern. Bleibt mir fern. So. Dann. Folgendes Netz ist jetzt die Diebes-Mission. Dann kann ich da oben noch einen, ähm, Rekruten holen. Ich muss meinen Onkel besuchen. Ja, das wäre voll besser. Und dann machen wir die Hauptmission. Wenn noch Zeit ist, wenn noch Zeit ist, meine Freunde. Benden wir die Sequenz. Überhaupt nicht. Das macht sogar riesig Spaß, Junge. Sollst du auch mal probieren. Tritt den Assassin bei. Jetzt. Now. Join the Assassins. In... ...Konstantinopo. Uff!